Ja, willkommen zu einer neuen Feuerlöge von Batman Arkham City Harley's Rache. Worum sollte ich ein Snapchat vorbereiten? Also, ja, kann ich ihn hier mal anbauen? Toll, das hat mir jetzt was gebracht. Das verstehe ich nicht, aber nun gut. Plopp. Dann fahr mal weiter. Toll, das hat jetzt was gebracht. Kann ich jetzt hier durch? Nein. Nun gut. Geh mal hier durch. Da krieg ich da halt so einen auf die Rübe. Wer soll die Waffe liegen lassen, Junge? Was ist bei dir nicht richtig? Waffen sind böse. Nimm lieber einen Stock. Kannst du mehr mit anfangen. Der lässt auch sein Gewehr nicht los, ey. Das ist unglaublich. Ich dachte ja auch, dass man die irgendwie ein bisschen entwaffnen könnte, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ja, komm. Jetzt traut er sich nicht mehr. Oh gut. Zack, zack, zack. Geht ja links rechts, umkreis viel Geschläge mit dem Stab. Wir haben eigentlich immer noch den Red-Robin-Skin drauf. Weil der mir irgendwie doch besser gefällt als dieser Kapuzen-Tim. Dry-Dogs, also die Trocken-Dogs. Gucken wir mal, was da los ist. Okay, dann ziehen wir uns da mal hoch. Plopp. Aber enttäuscht mich nicht. Mr. Jay hätte es nicht gefallen, wenn ihr mich enttäuscht. Nein, das hätte ich nicht. Erst mal so gucken. Vielleicht können wir erst mal ein bisschen akut mitzwungen. Schuriken, was er hat. Was hier so los ist. Okay. Das sind nicht viele Gegnern. Das geht jetzt da hin. Da haben wir schon mal den ersten. Den Scharfschätzer, das ist schon mal gut. Dann können wir auch irgendwie nach oben hin abhauen. Okay, die macht so einen auf Harvey Dent. Aber er kann nicht... Oder hat er... Also gucken wir erst mal. Hat er überhaupt so... Nein, hat er natürlich nicht. Er hat kein... Tag-Tree hätte ich bei dir gesagt. Kommt sie hier noch mal hoch. Oh, da steht einer. So, schneiden wir den erst mal lose. Ich denke mal, das ist so fair, ne? Plopp. Okay, da ist ein... Vielleicht geht das auch nicht. Vielleicht kann Robin das ja auch gar nicht. Wo versteckt sich die denn? Gehen wir nochmal auf den anderen Punkt, um das Beste zu gucken. Dann holen wir uns die mal. Dann kriegt sie jetzt einfach ein bisschen Vollbatzen. Dann springen wir doch einfach rüber, grünen Schnabel. Was? Er ist weg! Ich habe ihn verloren. Wir müssen ihn finden. Sofort! Okay, jetzt stehen die da alle bei ihr. Ach, ja. Aber er kann nicht ausschalten. Das sieht man jetzt schon wieder. Ach, guck mal, da ist ne Kreise. Okay, der guckt hier hin zu uns. Es ist nur Batmans kleiner Freund. Tötet ihn! Zeit zu sterben! Ich habe ihn hier! Lauf doch weg! Warum bist du denn... ...machmal so ein bisschen schwer von KP? Danke, Robin. Das passiert, wenn man nicht das macht, was der Eingeber eingibt. Ich hoffe, es tut weh! Ja, freu dich, Harley. Freu dich nur, solange du noch kannst. So, da ist sie ja wieder. Wieder einmal da hoch. Scharfschützen ausschalten. Das ist mir egal, wie ihr es anstellt. Aber enttäuscht mich nicht. Mr. J hätte es nicht gefallen, wenn ihr mich enttäuscht. Nein, das hält es nicht. Dann holen wir uns ran und schmeißen rund. Dann gehen wir hier hoch. Dann wieder rüber. Dann wieder rüber. Dann rauf. Zubeklebt oder euch ne Granate in den Hals geschlägt. Ach, was erzähle ich da? Ihm wäre was viel besseres einzufassen. Er war immerhin Mr. J. Er wusste stets, was zu tun ist. Hier bin ich... Allein und aber die Idioten angegriffen. Enttäuscht mich nicht! Ah ne, es ist so ein Feuerlöscher. Ja. Wir könnten sie theoretisch von hier aus angreifen. Aber da geht sie gerade runter. Das ist... Blöd. Blöd. Okay, da unten sind zwei. Da ist nur so einer von denen. Und Harley selbst. Der kommt hier hoch. Da ist so ein hässliches Bild von Joker. So, damit haben wir schon einen ausgeschaltet. Vielleicht kriegen wir den da hinten auch noch. Ne, da kommt gerade Harley. Ist das ein Fenster? Ja, das ist sogar ein Fenster. Ja, das ist ein Fenster. Hey Robin! Suchst du die große, böse Fledermaus? Nun, du kommst... Machen wir das einmal bei ihr. Kommt hier rüber, ihr Vollidioten! So, damit hat sie nicht gerechnet, ne? Oh Gott! Leute, bewegt eure Ärsche her! Das geht hier nach unten. Ach mal, warum macht sie das denn? Wo geht sie denn hin? Wo geht sie denn hin? Wir sind erledigt. Wir werden hier krepieren und können nichts dagegen tun. Lass ihn! Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Zeig dich! Freikling! So, hier hin... So, hier hin. So, hast du... Wer hat mich gesehen? Das dahin ist Harley. So, krieg dir noch mal ein paar Tritte. Ich muss erst die anderen ausschalten, na toll. Oh, wo führt das hin? Ah, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir müssen erst hier noch ein paar Leute ausschalten. Zu dich. Zum Beispiel. Wer fehlt da noch? Da hinten. So, bevor die anfangen, hier an sich zu gucken. Zack. Dann fehlt nur noch einer, wie ich richtig sehe. So, jetzt klettern. Und das bist du der letzte gewesen, weil... So, würde ich mal sagen. Auf zu Harley. Äh. Äh. Alter, was ist denn mit dir falsch? Das sieht so ein bisschen geknickt aus, hier, dein Körper. Ist dir wohl die Luft rausgegangen, ne? Iiii. 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 Mann, Steady ist ein... Reiß niemals zusammen. Oh. Okay, das war der letzte. Jetzt aber. Lass mich! Lass mich! Der Schlüssel! Du findest ihn nie, du Penner! Ach, er? Nein! Er gehört mir! Lass mich los! Wie du möchtest. Aaaaaaah! Ach! Hol' mich runter, Spatzenhirn! Auf, zurück zu Batman. Nein. Nein. Ja. Geht doch. Da steht da. Da steht da. Shrine of Shokar. Warte, dann wollen wir da mal zum Schrein hingehen. Ich... Ich... Zack. Na, wie haben wir denn da? Der kleine Robin will spielen. Bist du bereit, mit den Arscher zu uns zu lassen, Vögelchen? Stört uns nicht. Es macht uns Spaß. Wir brechen dir die Flügel und gleich danach dein Genick. So gut, dann wollen wir... Dich! Komm, ein paar mehr. Wo kommt der denn her? So. Boah, echt wie viele, ne? Ich weiß doch schon nicht manchmal. Der Einhornstab ist weg. Dieses Monster viel ist auch noch da. Alter, wofür der denn? Da war schön was zu sehen hier, danke. Okay, dieser Titan-Typ... ...nervt. Pech gehabt, Spatzenhirn! Na, wen haben wir denn da? Der kleine Robin... Oh gut. Gibt's vielleicht hier auch so ne Tastenkombination für schnellere Sachen? Hm. Interessant. Okay, gut. Dann machen wir das so. 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 Hey Robin, schau! Ich erkenne gar nichts, das ist so nervig. Immerhin hat er seine eigenen Leute weggeballert. Ich habe ihn schon erwähnt, das ist schon echt zu viel, was die hier gebracht haben. Wo ist Batman, wenn du ihn brauchst, Robin? Wenn ich fertig bin, erkenne ich mich bei Mutti wieder. Oh nein, du bist mausetot. Wer soll denn jetzt Batman retten? Hoffentlich nicht, nicht du. Nein, wer haben wir denn? Den Scanner hätte ich gerne für Injustice 2 gewünscht. Ganz ehrlich. Weil der hat irgendwie Steal. Autsch. Wenn wir mit dir fertig sind, erkenne ich dich mal mit deiner Mutter. Ich müsste eigentlich mich auf den Titanen mehr konzentrieren. Genau, und dann einfach so machen. Wenn der Demon interessiert ja irgendwie egal ist. Das sollte ja irgendwie reichen, um die meisten wegzubatzen. Die besten wäre die mit Schild weg. Komm schon, Titan, zeig mal was du kannst. Genau. Jetzt gleich nochmal. Ob das Ganze vielleicht so schön ist. Komm. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 4. Mit dem Zauberstab. Komm, mit dem Zauberstab. Genau. Die gehen zu auf die Nerven, diese... die... ich bin zu viel Typen. Ich bin schon wieder einer mit dem Schild. Ich habe ihn mit dem ungenutzt. Auch mal ungenutzt. Damit haben wir den umgehauen. Und dann hast du wieder diesen verkackten Schild geholt. Hoffentlich war es das jetzt der letzte. Komm, retten wir Batman. Das hat ja gedauert. Dem erstmal mit vielen Dank. Sind die Polizeibeamten in Sicherheit? Vermutlich nicht. Um die musst du dir keine Sorgen machen, Batman. Sie sind schon bald tot. Genannt wie tot. Rette die Polizisten. Ich übernehme die Bomben. Viel Glück dabei, ihr Loser. Ach Gott, ja. In der ganzen... ja. Der Aufbau dieser Bombe kommt mir bekannt vor. Ich muss sie entschärfen und näher untersuchen. Robin kommt allein mit den Polizisten klar. Ich muss mich um die Bomben kümmern. Ich muss die Bombe entschärfen, bevor ich gehe. Ich kann nicht durch die Tür gehen, ich kann nicht durch die Tür gehen. Was soll noch welche sein? Ich komme da nicht hoch. Meine Fresse. Das ist doch... Wo sind denn da noch welche? Ja, ich hab... Robin kommt allein mit den Polizisten klar. Ich muss mich um die Bomben kümmern. Bei Batman Arkham City.